Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA Ultimate Team. Jo, immer noch in Liga 4 und neue Saison, das auf alle Fälle. Und wir greifen heute so richtig an, oder habe ich zumindest vor, dass wir, ja, binnen der nächsten Folgen vielleicht mal aufsteigen könnten wieder mal. Die 4 dümpelt vor sich hin, naja. Heute ist das englische Team dran, ich suche den Gegner, ihr seht den Cut, bis gleich. So, da habe ich auch schon den ersten Gegner für heute und den einzigen normalerweise. Ich hoffe drauf, nicht, dass er hier schon wieder Rage-Crit-technisch unterwegs ist. Habe ich jetzt nicht unbedingt Lust drauf, hat mal letztes Mal ein paar Mal. Aber er hat ein ordentliches Team, würde ich mal so sagen. Jetzt nicht overpowered, aber ein angenehmes Team für mich heute zum Anfang. Ja, erstes Spiel für mich heute, mal gucken. Wie es läuft, ich hoffe gut und nicht rückwärts und gegen die Wand. So, Anstoß haben wir. Also können wir unser Spiel aufziehen, so wie wir wollen. So, leider bin ich immer noch nicht zum Trainieren der Ballrolle und sonst was gekommen. Ist mir ja schon des Öfteren vorgeschlagen worden. Ey, trainier mal ein paar Tricks. Wollte aber bis jetzt noch nicht oder bin halt noch nicht dazugekommen. So, nochmal zurück damit. So, einmal quer um den Platz. So, erstmal die Lücke suchen. Wenn sie nicht vorhanden ist, kann ich sie nicht machen. So, ich werde auch kaum attackiert von meinem Gegner. Shit, da verliere ich den Ball. Schade. War ein bisschen dämlich, aber den haben wir sofort wieder. Also wirklich sehr kontrolliert, was ich hier gerade mache. Dann so einen blöden Fehler, aber Milner kommt da schön zwischen. So, Storage. Bringt die Flanke. Die Fu. Schade. Kommt da nicht ganz hin. Haben wir das Spiel schön aufgebaut. Muss man ja auch zugeben. Ist ja schön, wenn wir sowas auch noch können. Aber leider hat uns das nicht zum Erfolg geführt. Mein Gegner jetzt mit derselbigen Taktik erstmal. Nicht einfach haut drauf. Finde ich super. So wie ein richtiges Spiel halt auch mal sein kann. Oh, macht's gut. Kommt auch nicht unbedingt zum Besten hier durch. Oh, hartnimm nochmal. Danke. So. Oh, shit. Fehpass. Hätte nicht sein müssen. Komm, Milner wird hier der Ball geklaut. Aber Milner klaut auch den Ball. So, hier jetzt über dem Flügel. Oh, wieso laufe ich da jetzt aus? Das gibt's ja nicht. Der Wahnsinn. Sauber. Ah, shit. Trotzdem den Ball verloren. Kommt ja mal vor. So, schön das Beinchen dazwischen gehabt. So. Ah, shit. Rocket Hit steht da super. Kann man nix machen. Gegen. So, hier runter auf Young. So, Defu kriegt Platz. So ein bisschen. Nochmal zurück damit. Wolkott kommt. Ah. Ah, schade. Kann man keine Flanke machen. 22 Minuten und eigentlich noch nicht richtig was passiert. Ein bisschen schade. Aber, ja. Ein ruhiges Abtasten erstmal in der ersten Hälfte. auch nicht verkehrt. Weil sonst... Macht man so'n Scheiß und macht alles... Uff. Wie ich's ich grad gemacht hab. Was? Boah, Glück gehabt. So, Defu. Storage. Ah, schade. Kann da keinen Pass mehr spielen. Hab wieder von Pepe einfach mal gestört. Und dann ist's gut. So, dranbleiben. Sauber. Boah, weg damit. Komm, Storage. Er war ein bisschen vorschnell gespielt. So'n Konter muss man auch richtig aufziehen. So, schön gemacht. Schöner weiter Ball. Oh, Wolkott kommt endlich mal vorbei hier. Storage. Bekommt den nicht. Aber Defu kriegt den auf dem Fuß. Ah, come on. Lauf halt ein Stück raus. Dass du hier... Mal zum Zuge kommst. So, hier raus. Wolkott. Oh, was war denn das bitte für ne Flanke? Aber naja. Kann man nix machen. So, dranbleiben. Sauber. Schön dazwischen gewesen. So, Young. Kriegt Platz. Storage. Kann Gas geben. Flanke. Ah, schade. Wieder nicht angekommen. Durch die Mitte geht's nicht. Durch die Seiten geht's gerade irgendwie nicht. Mal gucken, wie es denn gehen wird. So, den hat hart gefaustet. Also, es war schon ne tricky Situation. Was er hier gemacht hat. So, Einwurf für meinen Gegner. Macht das auch sehr zuverlässig. Er zieht einfach mal ab. Der geht vorbei. Glücklicherweise. Hätte ja auch reingehen können. So, weiter Ball. Erste Hälfte ein bisschen langweilig, aber hilft ja nicht. Muss man ja auch mal so mitnehmen. Er hat die Fuh. Wallcorp mit der Flanke. Storage. Putz. Der ist drin. 1-0. Storage. In der 43. Minute. Endlich hat die Flanke geklappt. Und schon sind wir 1-0 vorne. So muss das. So gefällt's mir. Also, wirklich nochmal schön zurückgespielt. Und dann rein das Ding. Passt. Kann man auf jeden Fall schon mal gelten lassen. Als relativ schönes Tor. Young holt sich gleich direkt wieder den Ball. So, Defu. Seed Wallcorp. Oh, Young. Ah, schade. Ah. Nein. Dann verliere ich an Marcelo so blöd den Ball. Aber naja, jetzt ist erst mal Halbzeit. Wir sind 1-0 vorne. Passt. Und können Druck machen. Das ist schon mal schön. Ja. Und der Ballbesitz ist auch klar auf unserer Seite. Unter anderem. Auch die Pässe. Läuft ein bisschen. So. Gegner mit Anstoß. Oh. Ich bring ihn ins Humpeln. Deswegen Freistoß. Für oder kurz aus. Hätte ich mir aber auch denken können. No. Come on. Hätte ich den hoch gepasst. Geist. So. Sauber Gerard. Ah. Come on. Da hatte ich keinen Platz für. Sauber. Schön dazwischen. So. So. Defu hat den. Verliert den aber blöd. So. Gerard. Alter. Was ist denn jetzt los? So. Runter. Auf Wallcourt. Kriegt er den noch? Ja. Er kriegt ihn aber. Er kann ihn nicht mehr im Spiel halten. Schade. Kommt vor. So. Sollte zwar nicht unbedingt. Aber es ist vorgekommen. So. Young. Kämpft hier gut um den Ball. Also kann man nicht meckern. So. Solide Teamleistung heute. Bis jetzt. Kann sich auch wahnsinnig schnell ändern. Oh. 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 Da kam ich gerade noch so dazwischen. Was ich da den Mann noch davor stelle vor den Schuss. Oh. Schöner weiter Ball. Aber der Abwehrspieler ist zu abgeklärt für so einen Ball. Ja. Komm schon. Kopfball. Sauber. Kein Thema. So. Wallcourt. Äh. Walker. Ah. Schade. Nein. Kann ich nicht irgendwie reindrücken. Schade. Ja. Ich setze da Young außer Gefecht. So. Nicht unbedingt schön. Aber selten. Oh. Schade. Schade weiter Ball. So. Defoe. Ah. Oh. Shit. Hab ich mich kurz mal gewundert, dass ich da an den Ball komm. einfach mal probieren scheiß drauf wenn man schon eine zeitlang vor dem 16er rumspielen kann man ja auch mal draufhauen also in gottes namen vor allem wenn man platz hat storage kommt zwar an den ball aber kann die nicht halten so mein gegner versucht jetzt auch was ordentliches wieder aufzuziehen oh come on come on der ist drin 1 1 ausgleich den habe ich nicht mehr verteidigt bekommen mensch da habe ich zu über agiert hier in abwehr so blöder scheiß so aber egal wir haben ja da noch ein bisschen zeit oh come on ah komm vollkott so kannst du den nämlich im spiel halten blöde 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 aber naja 1 1 geht ja auch noch und 19 minuten haben wir ja noch dass wir da vielleicht das sieg tor schießen können mal gucken wir haben uns ja in der ersten hälfte auch ewig zeit gelassen bis wir uns endlich mal dazu entschieden haben ein tor zu schießen ja entschieden haben ist klar hat ein bisschen gedauert und vielleicht haben wir das in der zweiten hälfte ja auch dass wir da ein bisschen länger brauchen und mein gegner braucht hier gerade auch mal ein bisschen länger der wechselt wohl oder übel sieht zumindest so aus und mal gucken so können wir bitte oder bis jetzt weg naja er wechselt hat ein bisschen gedauert so kommt schon zwischen hier sauber oh come on der pass des todes wieder wieder da kommt die fu nie im leben hin sauber schade naja war auch zu mutig sauber walker sauber sauberst naja dann wird der ball so abgefälscht mein mitspieler läuft vom ball weg naja ah ah come on und er läuft einfach nur durch so komm schon boah ah come on und dann wird der ball schon wieder so geblockt oder der pass so geblockt nein was mach ich denn und ich hole ihn von den beinen als anders einfach nicht geht gerade so so direkt in die mauer weg damit so komm schon ran da boah komm schon wieder ein faulspiel es kann ja nicht wahr sein dass das schon wieder ein faulspiel gewesen wäre ach ach sauber ach komm der wahnsinn der schiri ist gerade gegen mich was das kann doch nicht sein das war kein faulspiel ach komm schon so yang hier außen nochmal zurück hier komm schon ab in die mitte wieso wird der pass schon wieder zum abseits stehenden gespielt naja ende des spiels ein punkt mama trotzdem ja war eine abgeklärte partie sehr wenig torschüsse aber auf beiden seiten ein treffer ja in gottes namen passt schon ich bedanke mich fürs zusehen würde mich freuen wenn ihr morgen auch wieder einschaltet bis dahin ciao wow w w ен